Hallo zusammen, heute mal ein Video, das sich mehr an meine männlichen Zuschauer richtet, aber auch die Mädchen können hier noch ein bisschen was dazu lernen. Und zwar soll es darum gehen, wie man eine Krawatte richtig bindet. Und hier haben wir schon das gute Stück. Und viele haben damit Probleme, aber dabei ist es gar nicht so schwer, eine Krawatte richtig zu binden. Und deswegen zeige ich euch mal, wie man das richtig macht. Und zwar nicht so... Ne. Also, Krawatte erstmal weg. Und dann erstmal das Hemd bis zum Kragen zumachen, ganz klar. Achtet beim Hemdenkauf immer auf die richtige Kragenweite. Und dann nehmen wir die Krawatte und jetzt das kurze Ende legen wir nach links. Und das lange Ende nach rechts und das linke Ende bis zum Brustbein, genau. Das ist immer so ein Anhaltspunkt, also da, wo das Brustbein ist. Und dann nehmen wir das lange Ende und wickeln es von unten zweimal rum. Ich zeige das nochmal näher. Und dann haben wir zwei Schlaufen. Und dann nehmen wir das lange Ende und wickeln es von hinten durch und stecken es in die untere Schlaufe. Und jetzt sieht man schon, wie sich der Krawattenknoten so bildet. Und richtet ihn ein bisschen. Und das war's auch schon. Dann noch zuziehen. Und oben am Hals richten, dass alles ordentlich ist. Und das ist die einfachste Form des Krawattenknotens. Es gibt noch sehr viele andere Knoten, aufwendigere, aber ich dachte mir, ich zeige euch heute mal erstmal den. Und wenn ihr noch mehr Knoten sehen wollt, dann könnt ihr mich das ja mal wissen lassen. So, sieht gut aus, sauber, einfach und perfekt. So, ich mache das nochmal auf und zeige euch das nochmal vom Nahen. Dann könnt ihr es nochmal Schritt für Schritt euch anschauen. So. Kurzes Ende nach links, bis auf Höhe des Brustbeins. Dann das lange Ende nehmen. Zweimal so rumwickeln, wie man es hier sieht. Dann von hinten durchziehen. Und dann in die untere Schlaufe das Ende reinstecken. Und schon hat man den fertigen Knoten. Richtet ihn, zieht alles zu. Ja, und so einfach geht's. Und jetzt seid ihr fertig für Arbeit, Theater, Bewerbungsgespräch und so weiter. Ja, das war ein kleiner Quick-Tipp von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020